Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Überschriften eigentlich hier in Word richtig nummerieren kann, dass das Ganze automatisch vorgesetzt wird. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Jedes Mal hier eine Zahl einzufügen vor einer Überschrift ist mit der Zeit wirklich sehr aufwendig. Vor allem, wenn noch eine Überschrift am Ende hinzukommt, dann muss man das Ganze wieder abändern. Und deswegen gibt es bei Word eine Option, das Ganze automatisch einstellen zu können. Hierfür müssen wir unseren Überschriften jetzt erst einmal die richtige Formatvorlage hier oben zuordnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Hauptüberschrift, deswegen klicke ich einfach mal in diese rein, gehe zu meinen Formatvorlagen und hier kann ich auch schon Überschrift 1 sehen, was sozusagen meine Hauptüberschrift ist. Mache einen Linksklick drauf und schon ist diese Formatvorlage übernommen. Bei Überschrift 2 der Ebene klicke ich auch wieder drauf, dann gehe ich hier oben mal auf Überschrift 2 und somit ist das jetzt meine Unterüberschrift. Das Ganze kann ich beliebig oft machen. Hier zum Beispiel Überschrift 3. Ebene, jetzt wird bei mir automatisch schon hier Überschrift 3 angezeigt. Klicke ich drauf, dann habe ich hier meine sogenannte Unter-Unterüberschrift. Wenn es hier oben übrigens einmal nicht angezeigt wird, dann kann ich einfach hier rechts einmal noch draufklicken bei weitere und hier sind auch noch die anderen Formatvorlagen alle drinnen. Nun wieder in irgendeine formatierte Überschrift klicken, bei mir ist es die hier oben. Dann einmal bei Start rechts rüber gehen zu Absatz und hier habe ich hier oben jetzt nämlich noch Liste mit mehreren Ebenen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann kann ich schon sehen, dass ich hier in der Listenbibliothek noch eine bestimmte Liste auswählen kann. Und zwar ist das bei mir jetzt diese hier, wo einfach 1 Punkt, 1 Punkt 1 und so weiter und daneben rechts immer Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 steht. Hier klicke ich jetzt einfach mal noch drauf und schon kannst du sehen, dass automatisch hier eine Nummerierung eingefügt wird. Genauso wie hier bei der zweiten Ebene und hier bei der dritten Ebene. Um zu testen, ob sich die Nummerierung hier jetzt auch automatisch anpasst, klicke ich jetzt einmal auf diese Überschrift hier noch drauf, formatiere das Ganze wieder als Überschrift 1 und du kannst sehen, automatisch erste, zweite und hier unten hat sich die Zahl auch abgeändert. 2.1, 2.11, so wie es sein sollte. Wenn du jetzt hier übrigens noch die Formatierung irgendwie abändern möchtest, dann einfach mal bei den Formatvorlagen bei der entsprechenden Überschrift reingehen, hier einen Rechtsklick mit der Maus machen, auf Ändern draufklicken. Jetzt kann ich hier zum Beispiel alles mögliche einstellen, egal ob die Farbe hier oder auch hier bei Format zum Beispiel auf Absatz draufgehen und einfach mal den Abstand zwischen der Zahl und auch zwischen dem Text verändern. Dann natürlich mit OK bestätigen und jetzt siehst du, dass hier zum Beispiel der Abstand kleiner geworden ist. Hier kann man sich wirklich spielen. Somit haben wir jetzt auch schon die automatische Nummerierung bei unserem Word-Dokument hier richtig durchgeführt und jetzt würde mich noch interessieren, bei was für einem Dokument bzw. bei was für einer Arbeit du das Ganze hier anwenden musstest. Schreibe es mir gerne in die Kommentare unter dem Video. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.